ARD Text im Auftrag von Funk So, gut, dann haben wir den erstmal angeschwächt Oh, was macht denn die Artillerie? Mensch Na, wartet, wartet bis die Hubschrauber fertig sind So, sehr gut Alles klar, es sind nur noch vier Stück übrig So, mach die Flak hier mal weg, komm Die Flak hier wegmachen Wegmachen Und hier drüber fahren, los Platt fahren All den ganzen Scheiß hier mal platt fahren Jawohl, oder so Oder so Alles klar Gut Dann haben wir das jetzt erstmal safe So Der wurde neuen Sammler, Alter, ernsthaft Das kannst du mal völlig vergessen Ah, shit Das reicht natürlich nicht, ist klar Und platt fahren Jawohl, sehr gut So, gut Die Hubschrauber machen den Sammlerplatt Hätte ich eigentlich vorher schon aufkommen können, ne? Mit dem Sammler So, eiserne Formen Das ist, glaube ich, auch ein Primärziel Aber erstmal Bevor ich den Platt mal zwischenspeichern Mit Aufnahme check Das passt soweit Sehr schön Okay, gut Und zack Weg damit Genau Drittes Einsatzziel, ja Ich brauche unbedingt neue Hubschrauber Ich habe ja echt fast nix mehr, ne? Das ist schon, äh Ich bin ein bisschen sinnlos mit den Ressourcen umgegangen hier Waffenfabrik Platt machen Los Ich bin echt ein bisschen verschwenderisch mit den Ressourcen umgegangen So Ja Das ist blöd Aber leider erstmal nichts zu ändern Artillerie Schieß einmal rein So Ja Und zack Und tack Und tack Alter Schwede Nein Ja gut Das war's dann Mit diesem Angriff Okay Der Hubschrauber macht jetzt meinen Panzer kalt Ja Das habe ich mir gedacht Und die Hubschrauber können sich mal den Sammler endlich mal krallen So Ah gut Ich habe gleich wieder ein paar Ich habe nichts mehr hier, ey Alter Wo schon wieder? Ja, die Flak Der hat Wegmachen Oh nein Der hat's mit Flak geschützt Oh Wegmachen Mach das weg Der hat so ein scheiß Atomsilo nachgebaut Oh man Mach das weg Ja Gott sei Dank Das war doch das, was ich wollte, ey Alter Ich brauche noch mehr Hubschrauber Alter Schwede Ja Ich befürchte Die Ressourcen Die Ich muss irgendwas verkaufen Zweite Waffenfabrik Verkaufen Komm Ich brauche jetzt diese Hubschrauber Was zur Hölle Nochmal Der hat immer noch einen Sammler Alter Schwede So Jetzt muss ich erstmal ein bisschen durchatmen Wie ihr merkt So Das ist das neue Team 2 Der ist auch faszinierend Alter Schwede Und die Sammler Die brauchen jetzt halt ewig Ist klar Weil die auch wieder am letzten Stück sammeln Ne Ja Da muss ich das hier auch noch auseinander nehmen Aber das hier geht schnell Ja Die können ruhig schießen Das ist kein Problem Ich muss jetzt erstmal Überlegen Wie ich jetzt hier an Geld komme Immer noch Ich verkaufe Nein 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 Das mache ich nicht Ah hier Hier ist wieder was nachgewachsen Sammelt erstmal hier So Jetzt muss ich mich echt Voll um Ressourcen kümmern Die Flakke kann weg So Gut Dann noch Ballert der mir ernsthaft die Hubschrauber weg? Der kommt beschädigt an Ja super Ja toll Egal Ich habe jetzt wieder mal Fünf Hubschrauber Ja ich weiß Ich habe keine Kohle mehr Aber ich habe hier ein paar Mannigen Die machen mal den Sammler da kalt Ey was ist das hier für eine abgezielte Mission Ohne Scheiß Was ist das hier für eine abgezielte Mission Schon ein bisschen lächerlich gerade ja So macht den Sammler kalt Und auch ihr hier So Moment ich muss den Sammler kriegen Ich muss unbedingt jetzt den Sammler kriegen Da ist noch diese Scheißflag Ey Fuck Bleibt wir mal hier stehen Puh Nicht schlecht Ja mach die kaputt Los Weg damit Mann Okay Gut Könnt ihr ja mal den Sammler dann kalt machen So weg damit So weg mit dem Scheiß Sammler Ey Weg mit dem Sammler So Mach den plapp Mach den plapp Mach den plapp Es reicht nicht oder Warum verfolgt ihr den nicht Natürlich So mach den kaputt Mach den kaputt Mach den kaputt jetzt Ich bin gerade sehr konzentriert Ja Ich glaube das merkt ihr schon Weil ich echt hier ein bisschen extreme Geldnot habe Ja muss ich sagen Da ist noch ein einer Alter Schwede Wo kriegt der die Kohle her Wo kriegt der die scheiß Kohle her Ey Wo kriegt der die fucking Kohle her So neues Team 2 Ich hab ne Einheit Uuuuuhu Der kann den noch mal ein bisschen anschwächen und nerven So Ernsthaft was machst du Geil alter So was macht der da Dieser Bomber hier ey Der wollte Spallschirmbomben schmeißen Hat aber doch nicht gemacht Alter Raffinerie nachgebaut Ich glaube Takt Hier vorne sammeln Mann Alle Einheiten die ich jetzt habe Da muss ich echt drauf aufpassen So Puh Okay Gut Ich hab nämlich echt keinen Bock Dass der mir jetzt hier eine Atombombe reinschmeißt Das muss echt nicht sein So und der andere Ich hätte echt nicht so verschwenderisch mit den Ressourcen umgehen sollen Shit 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 ey Mann Aber gut Moment mal Der baut hier irgendwie Energie wieder nach Kann das sein So egal Mach dir erstmal den Panzer dann kaputt So Der Macht mich nervös Heiheihei Also ne ganz schöne lange Mission Muss man sagen Muss man sagen Es ist schon 20 vor 5 Ist der weg? Der ist weg Sehr gut Könnt ihr nochmal die Raffinerie kaputt machen Ja das ist halt auch hier wegen Ein Raffinerie kann wegkommen Hier brauche ich auch keine Verteidigung mehr so viel So Warum höre ich da Flax? Die sind wieder in die Flax reingeflogen Wie blöd muss man sein? Ich verkaufe jetzt einfach alles Ja das ist Ja das muss so sein Wie viele Lubschrauber habe ich noch? Alle? Geil Okay Ja dann Dann äh Flieg du mal reparieren bitte So Alles klar Dann hat er jetzt wirklich nichts mehr um sich zu regenerieren Wird gebaut Ja Jetzt ist er ausgeblutet Jetzt hat er nichts mehr Jetzt hat er wirklich nichts mehr So So Okay Dann können die mal Die Flak da im Arsch machen So Der eine ist nicht voll Aber ist egal Warte du mal auf die anderen Ja okay So Egal Mach das weg So Weg damit Und weg mit der Tesla-Schwule Und hier weg damit Die Flak Ganz wichtig Dass die endlich mal wegkommen Komm schon Komm schon Ja Geil Okay Kratzt noch den Bauhof an Den Bauhof Der ist das Der ist die Wurzel allen Übels Ey Den repariert er natürlich Ist klar So Ja Das passt So Die Mannequin Jetzt muss ich echt mit Mannequin hier agieren Das ist so heftig Artillerie Ja ich hab hier doch wieder einen guten Trupp So Aber krass wie knapp bemessen eigentlich hier die Ressourcen sind So Du bevor du mich wieder abfuckst Ganz schön anstrengend Ja doch Gut Mach der die mal weg Mach die mal die Raffinerie weg Dann können die Mannequin eigentlich So Den Rest erledigen Auch wenn das ein bisschen länger dauern wird Aber Es lohnt sich auf jeden Fall Die Mannequin mit den Hubschraubern Ja jetzt kommen dann natürlich wieder mit zwei Luftangriffen Ey Meine Güte In der Taschwede Ja Sehr schön Aber die haben nichts mehr Was macht er mir hier im Arsch Waffenfabrik Alles klar Kaserne Ah Sehr gut Jetzt kommt er natürlich mit den Hubschraubern Ist klar Aber gut Das kann ich alles mit den Hubschraubern machen hier Mein eines Mannequin da Ah ja gut Wollte ich nochmal Kampfpanzer Jetzt stimmt es langsam mit der Kohle Team 2 ist noch relativ gut geheilt sogar Dann kümmert ihr euch erstmal um den scheiß Bauhof da oben Damit der mal wegkommt So ich guck nochmal auf der aufnimmt Ja nimmt der Aber ich speichere das nochmal ab So Alles klar Dann Ja So der nächste Kampfpanzer Alles klar Die können sich mal hier sammeln Das ist ja echt ey Wow Krasse Mission Der repariert mich Geil Okay Der macht immer den Hubschrauber noch weg Hä Was Die können Geil Die können angreifen während der fliegt Was Okay Das wusste ich jetzt so nicht Okay Heftig Wow Hätte ich jetzt echt nicht gedacht So Tech-Centrum musste ich ja übernehmen Ach der ist doch da Ich dachte der hat eine BMT auch geplättet Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf Ich nehme schon eine Stunde auf für die Mission Krass Ja die Mission wird erscheinen Dreiteiler So Aber das passt schon Die Hubschrauber sind wieder bereit Diese Luftwaffe ey Macht das mal kaputt da oben Damit das nicht mehr Damit die mir nicht mehr auf den Sack gehen da Alles klar Hier sammelt sich mein Panzertrupp So Wo sind die Hubschrauber Da sind die Hubschrauber So Weg damit Das braucht er nicht mehr So Und Yes Das eine ist weg Und das andere auch nochmal ankatzen So Alles klar Das nächste Mal sind Ist es weg Ja komm schon Ist okay Manneken ja Ist egal Der hat jetzt nichts mehr Passt Noch diese eine Tesla Spule Und die Energie hier Aber hier kann ich eigentlich Mit ein paar Artillerien schon reinfahren Ist kein Ding Jetzt hat er hier nämlich wirklich nichts mehr Außer dieser Kackhubschrauber Und ich hab wieder mal eine Nachricht bekommen Aber das mach ich gleich So Das mach ich gleich Ich fahre jetzt nur noch Artillerien So damit die scheiß Luftangriffe mal aufhören Weg damit So Sehr schön Und den Hubschrauber weg Komm schon Geil Die können ihn echt angreifen Wenn der fliegt Das ist natürlich mega praktisch Guckt euch das an Ich wusste nicht Dass die den angreifen können Wenn der hoch Wenn der abhebt Ach schade Egal Ja die Kohle hier Ja Alter Jetzt nervt er noch mit seinen restlichen Manneken Ist doch unfassbar Ja ihr könnt da nichts machen So einer ist sowieso platt gefahren Geil Okay Gut Na dann Okay Dann kann ich da vorne So Ich erhöhe mal die Spielgeschwindigkeit Speichere das Feuer nochmal ab So Okay Gut Spielsteuerung Geschwindigkeit Hoch So Damit es mal ein bisschen schneller geht hier Das ist doch echt ein Krampf mittlerweile Ich wollte eigentlich Ja Blöd Die Mission wird echt ein Dreiteiler Krass Aber ist halt eine langatmige Mission Wird solch machen So den Upschrauber noch weg Und dann kann ich hier echt mit den Artillerien reinfahren So das war's Weg mit deinen scheiß Männiken Ja Sehr schön Noch die Gegenwehr hier Da kann ich da echt mit Artillerien rein So Und hier noch das da oben Puh Also wenn man so lange an einer Mission hängt Das zermürbt einen Sagen wir es mal so So vier Stück Team 1 Komm Und wenn die hier fertig sind Dann fahren die rüber So Okay Ich gucke nochmal gerade Passt Sehr gut Puh also Ja Alles bis auf das Textzentrum Da muss ich auch dran denken Oh geile Mucke Ups So Zack Ah Ich glaube das ist die Kirchenmusik Ja genau Guck mal an den Conquer Gibt es nämlich einen Soundtrack der hat Kirchenmusik Richtig So weg damit Dafür ist die Artillerie halt echt mega geil Schaut euch das irgendwie schnell die Gebäude im Arsch gehen So Ja ihr solltet euch nicht selber vernichten BAM Nein Und Manneken Weil wenn Manneken rauskommen ist natürlich scheiße Ist klar So Jetzt reden wir mal weiter hier Puh Diese Sounds So weg damit Weg mit der scheiß Energie Weg mit dem Manneken So Dass da immer welche rauskommt Das nervt auch So Was ist das hier Das können wir auf weg machen Ne Ja Sehr gut Da seht ihr das Mit Artillerien geht das echt Sauber ohne Probleme So Aber die vernichten ich es halt auch selber Ne So dann hört man den Kirchenchor zu Kirchenchor Geil Und guck mal ne Conker Ja Oh Mann ey Oh Mann Das ist so geil hier Kirchenmusik Richtig geil Ah Oh Mann Gut Dann kann der BMT ja schon mal das hier oben erledigen Jo Das kann er machen So Dann noch ein Kampfpanzer Ah Der fährt natürlich wieder mega umweg hier ey Oh Mann Gut Okay Gut Dann Kann der das hier schon mal anschwächen Ah das dauert ewig ey Ja ist egal Komm Aber lass schon mal deinen Spion raus So Zack Ja das muss ich nämlich erobern Ich wusste es nämlich noch Dann habe ich den Spion eigentlich umsonst gebaut Na blöd So Rein da So Dann muss ich jetzt noch mit allem was ich habe auf die andere Seite Das ist kein Ding Das ist kein Problem Das kriegen wir schon hin Ja mit drei Kampfpanzer mehr Das Passt schon so Mach dir mal den Flammenturm kaputt Die Hubschrauber Der hat da zwei Flachs stehen Shit ey Die äh Hä Der hat hier einen Sammler mittlerweile Okay Hat der nachgebaut Ja Boah zwei Flachs Ja das ist natürlich Jetzt kommt der natürlich mit seinem Spawner Ist klar Ja gut Äh Seid ihr repariert Nein ihr seid nicht repariert Repariert euch So Okay Dann Dann Warte ich das D noch ab Und dann gehe ich eigentlich angreifen Das letzte Mal So Sehr gut Die Hubschrauber kümmert sich genau um die U-Boot werft hier Alles klar Meine fünf Hubschrauber noch hier Ernsthaft schaffen die das nicht U-Boot Alter Ernsthaft Ja gut Ich meine Ja So ein U-Boot werft kann schon was aushalten Ja So Dann Mache ich mal die Spielgeschwindigkeit wieder auf Normal Speichern das ab Machen Aufnahme Check Das passt Sehr gut Okay Dann Kannst mal losgehen So Oh die Mucke geht aber auch ganz schön an Gerade Na gut Jetzt kommt der mit Hubschraubern an Geschüss Ich glaube ich kriege Boah ey Scheiße So Komm schon Fahr da Fahr da einfach rein So Und ein Und die Testerspule weg machen Komm Weg damit Weg damit Sehr schön Und jetzt die Artillerie auf die Manik Sehr geil Okay Gut Dann Kraftwerk weg Alles außer das Tech-Zentrum Alles außer das Tech-Zentrum Und den Hubschraubern Was war das denn? Hat der alles Hä? Irgendwie ist hier alles in die Luft geflogen Okay Boah zum Glück hat der keine Atombombe geworfen ey Ich kenne das echt von der Mission Dass der eine Atombombe wirft Krass Das habe ich erfolgreich verhindert Das ist schon mal gut So Bauhof weg machen Die Hubschrauber kümmern sich mal um die Raffinerie So Hubschrauber weg machen Komm Weg damit Ja sehr schön Gut Dann haben wir die Mission gleich geschafft Soweit Wunderbar Alles klar Dann hier noch die Silos Weg machen Und das hier weg machen Und die Hubschrauber Und alle können es auf den Sammeln Ah ne die Hubschrauber Ah Er hat verkauft Alles klar Sehr schön Gut Und dann Weg damit Geil Okay Dann kann ich hier schon den BMT rauffohlen Alles klar Gut Dann haben wir es So Und weg da Oh Halleluja So Und Rein da So Zur Vollständigkeitszahl Weil der Spion noch da rein Auch wenn das nichts mehr bringt Aber ist egal So Und dann kann Der Envasor gleich da rein Und dann haben wir es geschafft Ich speicher das nochmal So Ich speicher das hier auch Mach mal ab So Das passt sehr gut Dann hier rein Und weg damit Ja Boah Boah Was für eine Mammutmission Boah Was für eine Mammutmission Holy shit Ah Führung Effizienz Verkackt Ja super Shit Ja ist egal Komm Aber guck mal wie viel er verloren hat 440 Einheiten Heftig Heftig Ja 3000 Punkte Ist ein bisschen schlecht Aber Äh Ah ich hab hier 2 Stände mit Mission 11 Das ist irgendwie ein bisschen komisch Naja Puh Gut Freunde Nach der Mission muss ich mich erstmal erholen Und wir sehen vorletzte Mission Äh Oder ist das die Letzte Ne oder Ist das jetzt die letzte Weiß ich nicht genau Ist mir Weiß ich nicht Ist auch egal Äh Ja Freunde Wie gesagt Vielen Dank das ihr zugeschaut habt Bei dieser extra langen Mission Und Ja Da würde ich sagen Äh Wünne ich euch noch einen schönen Abend Oder schönen Tag Und Wird mich über den ein oder anderen Like oder Abo sehr freuen Ja Bis dann Tschö